So, das sieht man demjenigen schon an. Der setzt auch seine Ellenbogen richtig ein. Moment, ich meine jetzt nicht mit Ellenbogen einsetzen, hier über Leichen gehen und Mobbing und so weiter. Persönliche Angriffe, da hört der Spaß natürlich auf. Ich meine mit setze deine Ellenbogen ein, einfach selbstbewusst aufzutreten, kompromisslos zu sein, wenn es um deine Karriere geht. Setze Prioritäten, setze die richtigen Prioritäten. So, und dann kommt irgendwann der Erfolg. Das ist richtig. So, dann wirst du sozusagen entdeckt. Aber dahinter steckt eine ganz andere Einstellung, nämlich die Mentalität, ich will den Erfolg und ich tue aktiv jeden Tag etwas dafür, damit der Erfolg zu mir kommt. Das ist das Entscheidende. Wie vermarktest du dich denn jetzt aktuell selbst? Was tust du, um ins Gespräch zu kommen? Mein Tipp hier lautet, täglich etwas dafür zu tun. Und zwar fängt es schon an mit den sozialen Netzwerken. Zeig mal Flagge. Also auf Facebook, hast du irgendwie ein Facebook-Profil. Auch auf Twitter, ja, ist jetzt in Deutschland nicht ganz so bekannt oder beliebt. Aber trotzdem, das ist wichtig eben. Genau, Xing natürlich. Was du halt so machen kannst, fuchst dich da rein und pflege deine Accounts. Ja, also streu täglich ein bisschen was aus deinem Leben. News, Aktivitäten, wo warst du beim Casting, welches Magazin hat über dich berichtet, wie lief dein letzter Auftritt. Ja, alles das einfach, ja, zeig es der Welt, was du alles so machst. Ja, das darf jetzt nicht in Selbstverliebtheit ausarten und darf auch keine Belastung sein, sondern das muss irgendwie so ganz selbstverständlich dazugehören. Wie so eine Daily Routine, sage ich immer morgens, einfach mal rein und deine Community pflegen.